Das verkündete Löw am Donnerstag vor dem Abschlusstraining. Amerikan-Rückenprobleme, steht Löw nicht nur Verfügung, Sebastian Rudi weilt noch bei seiner hochschwangeren Frau. Für den Vergleich mit Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag 20.45 Uhr in Berlin plant Löw Veränderungen. Ich werde Mannschaft in beiden Spielen nicht identisch auflaufen lassen, sagte Löw. Sein beiden Stoßstürmern Mario Gomez und Sandro Wagner garantierte der Bundestrainer Einsatzzeiten. Beide sind in einer guten Form und haben Selbstbewusstsein. Das merkt man auch im Training. Ich werde beiden Spielern einen Einsatz ermöglichen, sagte Löw. Zur WM in Russland, 14. Juni bis 15. Juli wird er aber wohl nur einen echten Mittelstürmer mitnehmen. Die voraussichtlichen Aufstellungen Deutschland Ter Stegen FC Barcelona, 25 Jahre, 18 Länderspiele, Kimmich Bayern München, 23. 25. Boateng, Bayern München, 29. 68. Hummels Bayern München, 29. 62. Hektar 1. FC Köln, 27. 35. Gündogan, Manchester City, 27. 22. 22. Groos, Real Madrid, 28. 80. Müller, Bayern München, 28. 89. Özil FC Arsenal, 29. 88. Draxler, Paris Saint-Germain, 24. Werner RB Leipzig, 22. Zehntel. Trainer, Löw Spanien, Le Gea, Manchester United, 27. 25. Cavallal, Real Madrid, 26. 13. Peak FC Barcelona, 31. 94. Sergio Ramos, Real Madrid, 31. 149. Jordi Alba, FC Barcelona, 29. 58. Isco, Real Madrid, 25. 25. Kucke, Atletico Madrid, 26. 36. Iniesta FC Barcelona, 33. 123. Silva, Manchester City, 32. 118. Diego Costa, Atletico Madrid, 29. 18. Asensio, Real Madrid, 22. 8. Trainer, Lope TV, Schiedsrichter, William Colum, Schottland Video, Retro-Look, Müller und Kroos präsentieren neues Auswärtstrikot.